Arbeiten Sie zu viel? Überfordert Sie der Alltag? Sind Sie oft unkonzentriert? Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Dann kehren Sie einen Blick nach innen. Sehen Sie da was? Das sind Sie selbst. Begrüßen Sie die Chance mit offenen Armen. Sie sieht genauso aus wie ich. Haben Sie keine Angst vor dieser Person? Jetzt steht sie direkt hinter mir. Und lernen Sie sich selbst kennen. Wir könnten nicht annennen. Wenn du willst, kannst du am Wochenende ich sein. Erwecken Sie Ihre verborgenen Potenziale. Machst du mich gerade so an? Ich bin mir eingefallen und komme auf die Toilette mit mir. Ich glaube, da muss ich erst anrufen. Bist du verrückt? Wer hat dir überhaupt erlaubt, da mitzugehen? Boah, 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 boah. Wenn Sie ein zweites Ich bekommen haben. Ich habe mir überlegt, dass ich auch mal was wollen soll. Was willst du denn wollen? Ich will dich küssen. Aber dann muss ich erst fragen. Dann passen Sie auf. Sie ist ausgebrochen. Sie stellt irgendetwas an, das spüre ich. Dass Sie nie die Kontrolle darüber verlieren. Hallo? Ich wollte mit euch zusammen eine Vase töpfern. Das war aber kompliziert, ich mal. Ich, ich bin Luisa. Ich! Du interessierst dich nur für dich. Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? Irgendwie bist du nicht du. Wer soll ich denn sein? Jemand anderes? Demnächst im Kino.